Das Paar. Ein Paar wie du und ich. Mit Alex und Alexa. Heute das Internet. Damit ist der neue Rechner fertig eingerichtet. Bitte schön. Oh, echt? Dankeschön. Und damit kann ich jetzt in dieses Internet? Ja, genau. Damit kommst du auch in dieses Internet. Super. Oh Mann. Selbst Pay-TV-Sanne also mit Werbung folgen will. Alex? Ja? Sag mal, dieser Laden, wo man von jedem Hinterwälder irgendeine Scheiße kaufen und seine alten, gammeligen Sachen für viel zu hohe Gebühren verkaufen kann, wie heißt der? Äh, Flohmarkt? Nein, hier im Internet. Ah, Ebay. Und, wie mach ich das? Du musst dich anmelden. Was? Anmelden. Bist du dann nicht auch angemeldet? Okay. Du kannst dich anmelden, wie du wirst. Du kannst dich anmelden. Du kannst dich anmelden. Wunderschönen. Alright. Ähm, ne. Schon länger nicht mehr. Ach so. Schade. Nein. Dieses Internet ist wirklich toll. Ja, und es gibt eigentlich nichts, was man nicht findet. Cool. Ah. Perversionspaket. Vorratspackung. Verkäufer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sexspiel-Zack! Ich... Du verkaufs Sexspiel-Zack! Hm, pass auf, ich kann dir das erklären. Oh, mir ist voll mit mir zu probieren! Das können wir bestimmt mal machen. Ach ja? Warum denn warten? Oh, nein, 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 nein! Ihr wollt noch mehr von das Paar? Kein Problem. Klickt einfach hier. Einfach auf ein Video klicken. Oh, ja!